also das nehmen wir jetzt noch ein pass mal auf wenn ich hinten bin das wär's noch ja jetzt wurde mir noch der teleporter weg holt dankeschön sehr nett blöder schnapperein jetzt habe ich den ganzen weg nach vorne laufen ich krieg die krise ja servus ich begrüße euch zu einer neuen folge plants versus zombies hier bei mir auf dem kanal ja ich spiele heute den paleontologen also ich nebenbei oder nee was das heißt pass auf ich spiele den paleontologen weil es mein lieblingswissenschaftler ist ich habe recht überlegt also irgendwie ist er doch mein lieblingswissenschaftler ich der ist einfach cool er macht der macht einfach so viel damage dann noch feuerschaden der ist einfach nur cool und ich spiele ihn auf jeden fall weil er sich vom animax tv gewünscht wurde übrigens ein sehr cooler name wie ich finde ich liebe animax super sender du sollst doch mal aufpassen mein lieber so ist gut direkt mal weiter gestorben hier so muss das sein so ich würde sagen wir gehen direkt mal nach vorne woher das haben packt scheuerla mich alle habe ich nicht gesehen im ersten moment ohne witz habe ich da beinahe eingelaufen ähm jedenfalls ich wollte doch mal erwähnen warum ich momentan mit dem tüber nicht aufnehme ähm ich glaube einige denken vielleicht irgendwie wir hätten irgendwie äh äh beef oder so ne scheiße nein aber natürlich nicht liegt einfach nur daran dass der tüber gerade nicht aufnehmen kann aus den gründen aus den den er euch bald selber denke ich mal nennen wird warum er gerade nicht aufnehmen kann auf jeden fall ist das der grund warum ich gerade nicht gerade alleine aufnehme weil ich denke mal auch alleine sind meine videos da ganz ansehbar würde ich mal behaupten hat ja auch alles damals so angefangen auf meinem kanal ich hoffe dass ihr trotzdem spaß habt auf meinem kanal trotzdem dass ich alleine bin ja hauen wir den mal um würde ich sagen so auf wiedersehen würde ich sagen der ist irgendwie mal down so ja wie gesagt lieblingswissenschaftler ich habe halt wirklich lange überlegt und es ist einfach es ist wirklich es ist einfach der Paläntologe weil er ist einfach geil er macht einfach Feuerschaden und das ist einfach das coolste an dem und dann hat er noch ne unendliche Reichweite wie du siehst ich kann ballern wohin ich will da oben ist noch ne Kaktia wo ist die da oben ist irgendwo noch ne Kaktia das ist sie doch das ist sie doch da gehen wir uns mal gerade holen damit ihr die Leute halt nicht wegholt kurz mal zurücklaufen hoffentlich werde ich jetzt hier nicht wegge-snipert von einer anderen Kaktia kurz zurücklaufen denn sowas will ich mal verhindern dass von hinten irgendwie die Leute umgenockt werden wenn hinten noch irgendwo jemand ist können wir dem noch nicht noch ne Heilung hinstellen so bitte sehr und dann machen wir mal gerade hier toll der ist ja nicht mehr stehen geblieben da ja für die Heilung geil so ich glaube der wurde vielleicht gerade gekillt könnte sein ja er wurde gekillt alles klar schauen wir mal wo der wo der weggeholt na dann alles klar dann geht's weiter dann haben wir ja quasi einfach gar nichts dafür tun können dass die Charaktere denn gekillt wurde aber ist ja nicht schlimm macht ja nichts so alles klar da kommt noch ne Kaktia auch ne Feuerkaktia aufpassen oh die wurde mal hart in den Arsch getreten aber mal richtig hart na komm schon ich will hier hoch ich will hier hoch so okay nicht erwischt chade für dich bleibt er stehen hoff nicht bleibt er stehen besser wird auf mich geschossen aber ich hoffe ja einfach mal dass da meine Leute sind nämlich gerade eben war da nämlich jemand jetzt habe ich hier nur live dieser dämlichen Kaktier hier nixer wiedersehen was gut ah man schade ich wollte gerade noch mal ne Haltung setzen da war es leider nur schon zu spät machst nix da machst du nix so egal ob ein neues oh jetzt ist irgendwie gerade der Sonne ist wieder im Arsch weiß nicht woran das manchmal liegt das ist ja manchmal ein PVZ durchgegangen das hattet ihr wahrscheinlich auch schon mal so jetzt ist der da wirklich relativ im Arsch boah alter das ist ja extrem also an meinem PC kann es nicht liegen also nein auf jeden Fall nicht das Problem hatte ich ja schon des öfteren Mal nochmal das ist gut mein Lieber schlips auf jeden Fall oh ich aber auch ich höre halt nix ich bin halt quasi gerade taub einfach das ist einfach scheiße jetzt ist der Sonn wieder da keine Ahnung was das wieder war macht ja nichts so was nochmal ein bisschen Zeit haben wir ja noch 1,20 das können wir noch hinkriegen jetzt wo ich es ausgesprochen habe schatten wir es wahrscheinlich sowieso nicht jetzt bin ich mal schnuscht da ist gerade noch vorne oh nice der hat zwei Sonnenblumen gerade weg und ich laufe voll in die Mine rein wer setzt denn da eine Mine manchmal verstehe ich die Leute nicht wo die Mine entsetzen das ist auch das ist eigentlich auch das Gute daran also das machen die Leute ganz gut weil man rechnet in dem Augenblick gerade nicht damit dass da jetzt gerade wirklich wirklich ein Ding ist das ist ich mach grad hier zurück wiedersehen mach's gut so okay jetzt trotzdem wieder nach vorne hier in 30 Sekunden haben wir noch das müssen wir jetzt hier hinkriegen das hast du geholt das ist so ein billigen Zombie so ein Fun-Zombie hier aufpassen ich muss grad nicht reinlaufen jetzt gibt's Ärger geh mal weg alter von der einen Drohne beschossen und von der anderen Charaktere auch noch abgeknallt nein nicht am das wollen wir leben bitte nicht diese Leute krieg ich echt zu viel krieg ich wirklich zu viel Leute denken halt auch nicht nach denen ist lieber Punkte zu Punkte zu sammeln wie das das Team gewinnt es ist den Leuten irgendwie lieber oh scheiße hab ich nicht getroffen ist man jetzt wahrscheinlich erwischt ja noch eine da sind sogar noch zwei verdammt so Mist ah ihr suckt mich mal in der Nase oh scheiße naja egal verdammt ich hab einen Killer gekriegt so ein Shit was ist los mit mir ich kriege ja gar nichts in heute Mensch so ein Shit so Shit gut da können die Dinger stehen da ist eine dämmliche Drohne da oben Vorlage die weg nee da ist aber noch zack die wollen wir schon weg so nubig bin ich an der Norm wieder nicht dass ich die nicht weggeholt kriege oh ne warte mal Sekunde machen wir hier mal zwei Böhmchen hin wenn mich die Leute dann gleich kommen kriegen direkt mal zwei Bomben ab ja treffen müsste man können ja von Vorteil man sollte nicht immer denken dass man es schafft was ist die was ist da hinten die Drohne äh die Äpse der tot ja der ist gestorben mein mein Retz und labt euch an meiner Heilung doch nicht so stopp du Sau oh pipp du da die zwei Drohnen wollt ihr mich denn verarschen hier oder was krasse Scheiße da war noch eine Bohne im Anmarsch hab ich gar nicht gesehen ah man Scheiße was hockst du denn da hinten du dreckiges Arsch gesichtiges Kind gibt's ja wohl nicht er kann aber nicht wahr sein da hockt er da hinten mal hier Heilungen setzen wieder beleben ich denke da ist noch ein Ding ins jetzt kriegst du wieder da hinten indem ich hier kaktiere ich ziehe dich erstmal gebührend jetzt an Wecksack ja ich spreche ich muss abbauen Fotze ey du kannst auch nichts damit deiner schwulen kaktiere da hinten das ist gut hoffe ich stirbste dann tut er auf jeden Fall aber wer lebt denn da so eine liebe Ding ins Kripte Alter wo krieg ich denn hier Damage ey das kann aber nicht wahr sein ah man ich wusste ich hab ich hab's irgendwie ich hab ihn ja gehört dass er kam nur ich hab zu spät geschaltet gerade ich hab wirklich zu spät geschaltet Scheiße Leute sind gar nicht gar nicht mal schlecht Teleporter mal wieder weg weil die dauerhaft die Drohnen da oben haben wollen die mich eigentlich verarschen mit ihren Drecksdrohnen hier brauchen alle mal Gewaltseins aufs Gesicht scheinbar Alter nerven die mit ihren Drecksdrohnen ist ja nervig ey brecken sollste ich hoff jetzt einfach hier unten durch in den Garten rein naja ist wahrscheinlich sowieso nichts wir haben's wir haben's zu lange da aufgehalten haben's sehr gut gemacht muss man ja mal sagen oh oh das da war ein Schnapper ich hab's gesehen da war ein Schnapper Cobra Laser Schietze das nehmen wir jetzt noch ein pass mal auf wenn ich hinten bin das wär's noch ja jetzt wurde mir noch der Teleporter weggeholt Dankeschön sehr nett blöder Schnapper da hinten jetzt darf ich den ganzen Weg nach vorne laufen ich krieg die Krise so scheiße und so Mist du Drecksack du warst das deswegen stirbst du jetzt erstmal weil du das gerade warst der mir hier die Tufa vermasselt hat Drecksack so hast du verdient du und kein anderer hat's verdient so ist jetzt auch weg auf Wiedersehen wo kam der netter Schuss hierher what the fuck wird doch von hier irgendwo beschossen gerade sag mal bin ich jetzt grenzdibil oder was was ist los ohne ohne Scheiß ne ich dachte grad da hinten dieser Dingens ich dachte grad da hinten wär irgendwo was ich hab mich aber geirrt also einfach nochmal ein paar Bömmchen rein da macht mir wieder keiner die Minen weg super wollte ja nur dass ich reinlaufe seid doch ehrlich wird ja da oben ab warum nicht du wer mit deinem scheiß Gift mit ihren blöden Drohnen die ganze Zeit die nerven ohne Scheiß nix haben sie drauf aber gar nix davon haben sie eine ganze Menge drauf nämlich von nix so okay Achtung das wird ja sein Schnapper hier der ist abgehauen was haben wir denn da oben zünden wir ihn mal an zünden wir ihn an berührend schade Teleporter ist rechts gucken wir mal dass wir hier oben die Leute ein bisschen weghalten Teleporter ach schade fuck so Mist okay komm egal ich eier hinten zu viel rum wenn wir das vielleicht noch ein paar Zombies auf den Weg mitnehmen da spielt den der wird geholt irgend so ein billiger sehr gut Hauptsache Hauptsache der Zombie wird gerufen es müssen ja die billigen sein naja aber wahrscheinlich nicht so viele Leute so viele Zombies wie ich da muss ich halt auch mal denken ich mach mir das halt immer so leicht oder stell mir das immer so leicht vor dass ich halt weil ich halt so viele Viecher davon habe so scheiße so Mist fuck it oh oh mein Lieber wie geht's dir das war jetzt aber mal fail alter das war jetzt aber mal echt mal fail ohne Scheiß da hast du aber jetzt mal fail gearbeitet alter jetzt mich mal lieber eingeschleimt vorher boah ich bin voll schlecht dabei alter ohne Scheiß boah ich bin richtig mies ohne Witz was ist denn los mit mir heute oh also heute habe ich verständnis wenn ihr dafür sagt ey das ist heute kein geiler Part gewesen ey heute bin ich richtig miserabel dabei dann juckt es mich irgendwo oh man schon wieder die Nase so Mist na gut Hauptsache das Ding ist hier gelegt worden oh alter stehen die zu viert ey ihr kleinen Huren ihr ihr kleinen Fotzen ihr was gibt's doch nicht zu dritt stehen die da rum ihr kleinen Fotzen ihr haben wir da mal keinen Allstar der mal gerade da aufräumen kann ist ja schlimm alter da musst du mal einen Allstar durcheiern oder mal einen Wicht reinwerfen kein Problem haust dir die sofort weg die Leute ich als kleiner Dingens habe da nicht viel zu melden kleiner Hackenpenner hier ich glaube es hackt mit dir ich fiel zu sehr auf diese kleine blöde Erbse da oben ich will die mich verarschen scheiße rekt mal da oben du gehst mal auf den Sack Schwachkopf kann aber nicht wahr sein haben wir das jetzt schon wieder her oh man das kann doch nicht sein was sind das für Leute das kann doch nicht sein Kotz Hass Wirk scheiß die Wand an ja voll mies der Gegner Team ist richtig nervig das Gegner Team jetzt nehmen wir ein jetzt am Ende ich verstehe das nie immer am Ende da schicken Leute oh wir müssen in den Garten reinlaufen ich glaube ich laufe jetzt mal in den Garten rein anstatt das vorher mal versuchen einfach mal durchzulaufen einfach in den Garten rein dann schafft man das auch ah ja egal jetzt machen Gott war ich schlecht zwölf Kills nur oh Leute ich nehme es euch nicht übel wenn ihr schon längst abgeschaltet habt ohne Witz boah war das schlecht und die Leute waren richtig nervig die waren richtig nervig ich muss dir mal vorstellen die standen da eben zu viert sogar ich habe einen übersehen die standen da sogar zu viert da waren drei Erbsen da waren zwei Erbsen eine Kakti und eine Sonnenblume zu viert standen die an der einen Position ey da hätte nur mal ein Allstar kommen müssen rotz durchrotzen müssen mit dem mit dem Tackle dann wäre die Geschichte gewesen aber naja was willst du machen war halt keine sehr geile Runde muss ich leider zugeben komm ich kaufe noch ein Päckchen für euch immerhin etwas aber ich meine ist ja eh nichts mehr drin großartig außer die Sterne von denen ich nur zwei Stücke gekriegt habe naja auf jeden Fall dann war es das für heute würde ich sagen ich bedanke mich für das Zuschauen und würde mich auch freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet vergesst nicht zu abonnieren damit ihr am Ball bleibt ansonsten würde ich es einfach sagen bis zum nächsten Mal haut rein Leute ciao bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.